Fabian und heute zeige ich euch, wie ihr eine Online-Wallet bei Blockchain.com erstellen könnt. Früher hat Blockchain.com Blockchain.info geheißen, also lasst euch da nicht verwirren, das ist beides genau das gleiche. Und Blockchain.com ist eine Online-Wallet für Bitcoin, Ethereum und Bitcoin Cash. Eventuell wird da in Zukunft noch ein bisschen andere Währungen hinzugefügt, aber mittlerweile für diese drei Währungen ist eigentlich schon mal eine ganz coole Sache. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr hier eine Wallet erstellt. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos. So, hier oben könnt ihr euch entweder einloggen, falls ihr schon eine Wallet habt, oder ihr klickt auf Sign Up, wenn ihr natürlich noch keine Wallet habt. Ihr habt wahrscheinlich auf dieses Video geklickt, weil ihr noch keine Wallet habt. Bei E-Mail-Adresse gebt ihr einfach irgendwas ein. Das hier ist jetzt eine Bitcoin-Adresse, blöderweise. Dann gehe ich mal auf 10-Minute-Mail. Da werde ich mir jetzt gleich mal so eine temporäre E-Mail-Adresse erstellen lassen. So, die werde ich mir jetzt kopieren. Und die füge ich jetzt einfach mal hier ein. Ihr solltet natürlich euch eine eigene E-Mail-Adresse hier einfügen. Das ist wirklich ganz wichtig für eure Sicherheit, dass ihr euch hier eine E-Mail-Adresse eintragt, auf die ihr Zugriff habt. Und die am besten, meiner Meinung nach, am besten bei Google Mail mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert ist. Ich bin da immer, wenn es zum Beispiel um Bitcoins geht, was ja Geld ist im eigentlichen Sinne, bin ich wirklich sehr vorsichtig und benutze wirklich überall Zwei-Stufen-Authentifizierung. Was eine Zwei-Stufen-Authentifizierung ist, werde ich jetzt in diesem Video nicht weiter erläutern. Aber ihr könnt, wie gesagt, eintragen, was ihr wollt. Aber tragt eine E-Mail-Adresse ein, bei der ihr auf jeden Fall das Passwort kennt. Sollte ja logisch sein. Aber ich kenne leider immer wieder Leute, die irgendwie das Ganze nicht hinkriegen. So, ich gebe jetzt ein Passwort ein, das ich mir jetzt zu Demonstrationszwecken mal merken kann. Das Passwort ist wirklich sehr einfach. Werde ich jetzt aber in diesem Sinne nicht vorlesen. Benutze ich aber nirgendwo anders, denn dieses Passwort ist wirklich viel zu leicht. Und hier oben finden wir dann schon einen Identifier. Diesen Identifier brauchen wir nachher, um uns einzuloggen, um das nochmal ganz kurz zu demonstrieren. Und falls ihr jetzt gesagt habt, oh, das ging aber viel zu schnell weg, wie kann ich mich jetzt einloggen? Das Ganze geht relativ einfach. Unter Einstellungen findet ihr diesen Identifier nochmal. Den kopiert ihr euch und schreibt euch am besten auf ein Blatt Papier. Denn mit diesem Identifier und eurem Passwort, was ihr gerade festgelegt habt, werdet ihr euch in Zukunft bei blockchain.info oder blockchain.com in eure Wallet einloggen. Man kann mehrere Wallets über die gleiche E-Mail-Adresse erstellen. Das ist wirklich gar kein Problem. Deswegen ist natürlich eine Anmeldung über eine E-Mail-Adresse nicht möglich. Das heißt, zum Einloggen braucht ihr diesen Identifier. Also nicht diesen, den ihr jetzt gerade im Video seht, sondern den, der bei euch steht. So, um das mal ganz kurz zu zeigen. Wir haben uns jetzt ausgeloggt, fügen den Identifier ein, geben unser Passwort ein. Und dann würde das Ganze funktionieren. Wir geben jetzt mal einen falschen Identifier ein. Dann kommen wir natürlich auch nicht rein. Ist ja logisch. Was war jetzt das letzte Zeichen? Gut. War eine 2. Mit dem richtigen Identifier und dem richtigen Passwort kommen wir selbstverständlich wieder in unsere Wallet. Deswegen ganz wichtig, schreibt euch euren Identifier auf. Auch noch wichtig, bestätigt eure E-Mail. Denn ihr bekommt von blockchain.info eine E-Mail, in der diese Identifier auch nochmal drinsteht. Deswegen empfehle ich auch immer, diesen 2-Stufen-Authentifizierung zu erstellen, damit dann auch niemand irgendwie auf eure E-Mail-Zugriff hat und dann dadurch eben an diesen Identifier kommt. Was man selbst noch machen kann, um die Wallet sicherer zu machen, ist hier bei Sicherheit, sich das Wiederherstellungspasswort aufzuschreiben. Das kann man entweder drucken oder man erstellt oder man schreibt sich eben diese 12 Worte sind jetzt insgesamt auf ein Blatt Papier. Ganz wichtig. Und ja, hebt dieses Blatt Papier ganz, ganz wichtig auf. Ihr müsst euch dieses Papier wirklich aufbewahren. Leute, wenn ihr dieses Papier mit diesen 12 Worten verliert, verliert ihr den Zugang oder das Wiederherstellungspasswort für eure Wallet. Das bedeutet, wenn ihr dieses Blatt Papier nicht habt oder euch diese Worte nicht aufschreibt und denkt, entweder ich kann sie mir merken oder irgendwie an einem unsicheren Ort aufschreibt, dann ist das Ganze nicht sicher. Das heißt, wenn ihr irgendwann euren Identifier verliert oder euer Passwort vergesst, braucht ihr diese Worte, um eure Wallet wiederherzustellen. Wenn ihr diese Worte dann nicht kennt, ist eure Wallet verloren. Und das meine ich wirklich im Ernst. Es ist wirklich so. Deswegen, wie gesagt, das Ganze aufschreiben. Und wer es wirklich sicher machen möchte, kann sich hier die Zwei-Schritt-Verifizierung oder Zwei-Stufen-Authentifikation oder wie man das auch immer nennt, kann man sich hier, wie gesagt, aktivieren. Das heißt, man bekommt dann zusätzlich noch entweder eine E-Mail auf die hinterlegte E-Mail-Adresse oder man bekommt eine SMS aufs Handy, was ich eher glaube. Um sich hier einzuloggen. So, jetzt haben wir genug um Sicherheit geredet. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz die Funktion von Blockchain.com. Ich will immer Info sagen, aber die haben ja ihre Domain geändert. Es gibt hier drei Währungen, Bitcoin-Ether und Bitcoin Cash. Das Ganze ist wirklich sehr einfach. In der Mitte befindet sich meistens die Transaktionshistorie. In diesem Fall steht da natürlich nichts drin. Ich habe die Wallet gerade eben erst erstellt. Aber bei Empfang seht ihr eure Adresse. Die könnt ihr kopieren und könnt ihr auch natürlich mehrfach benutzen. Die könnt ihr zum Beispiel in euren Freunden geben und sagen, ja, gib mir mal ein paar Bitcoins oder wie auch immer. Diese Adresse ist natürlich öffentlich zugänglich und ihr dürft diese jedem geben, um Bitcoin zu empfangen. So, genauso ist es bei Ether. Da könnt ihr auch einfach auf Empfang drücken und dann befindet sich hier natürlich auch eine Ether-Adresse. Wichtig ist noch zu wissen, ich glaube, das Ganze ist so, dass es bei Blockchain.com keine ERC20-Tokens nimmt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, den Binance-Coin oder so empfangen möchtet, geht das Ganze nicht über die Ether-Adresse bei Blockchain.com, sondern ihr müsst da auch die MyEther-Wallet, was ebenfalls eine Online-Wallet ist, wo ich eventuell auch mal ein Video dazu machen könnte, benutzen. Also auf jeden Fall für ERC20-Tokens nicht die Ether-Adresse bei Blockchain benutzen, sondern auf eine andere Wallet zugreifen. Das supportet Blockchain.com meines Wissens nicht. Genauso geht es bei Bitcoin.cash, äh, Bitcoin.cash, Bitcoin.cash, alles klar. Bitcoin.cash könnt ihr ebenfalls etwas empfangen, indem ihr euch einfach die Adresse kopiert. Bei Bitcoin.cash gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Arten von Adressen. Ich sehe jetzt hier tatsächlich nur eine, aber bei Exodus-Wallet gibt es die neue und die alte Adresse. Ähm, da müsst ihr eben gucken, manche Exchanges möchten Adressen in manchen Formaten nicht. Ihr wisst ja, Bitcoin.cash ist ein Hardfort von Bitcoin, aber ich werde da eventuell auch mal ein Video dazu machen, wenn es sich denn gewünscht ist. Also auf jeden Fall, ihr könnt diese Adresse jedem geben und jeder, der darauf einen Betrag überweisen kann, ähm, den bekommt ihr dann natürlich dementsprechend auch. Also da gibt es keine Probleme normalerweise. Aber ich hatte schon das Problem, ähm, weil es manchmal zwei Formate von Bitcoin.cash-Adressen gibt, dass eine Wallet an die andere Wallet mit einem bestimmten Format nicht senden möchte. Aber das ist alles ein anderes Problem mit Bitcoin.cash. Das lassen wir mal beiseite. Und natürlich geht es gleich auch mit Senden. Äh, ihr könnt hier einfach eine Adresse angeben, natürlich eine Bitcoin-Adresse. Wenn ihr hier unter Bitcoin seid, gebt da keine Ethereum-Adresse oder Bitcoin-Cash-Adresse an. Denn ansonsten wird das Geld natürlich bei demjenigen, der das Geld dann bekommen soll, nicht ankommen. Also ihr könnt nur Bitcoin senden, wenn ihr hier auf Bitcoin seid. Ist ja relativ logisch. Äh, wie gesagt, hier oben könnt ihr die Currency ändern. Dürfte dann dementsprechend auch kein Problem sein. Äh, hier könnt ihr einen Betrag in Euro eingeben oder ihr gebt den Betrag direkt in Bitcoin ein. Dann wird das direkt auch in Euro angezeigt. Müsst ihr natürlich immer double checken, ob das auch wirklich der Betrag ist, den ihr überweisen möchtet. Und nicht aus Versehen hier anstatt 0,01 0,1 eingibt und dann auf Senden drückt. Denn Bitcoin-Transaktionen sind natürlich nicht widerrufbar. Das bedeutet, wenn ihr aus Versehen zu viel oder zu wenig sendet, dann ist es so geschehen und lässt sich nicht mehr ändern. Das ist ja der Sinn einer Blockchain. Hier unten kann man noch die Transaktionsgebühr einstellen. Also zum Beispiel Regular. Das bedeutet, ähm, das dauert, ja, ein bisschen. Und Priority bedeutet, es kostet ein bisschen mehr. Äh, aber im Endeffekt geht es schneller. Also umso schneller, umso mehr Transaktionsgebühr ihr benutzt, umso mehr, umso schneller geht es im Endeffekt. Also vielleicht ist es nicht ganz korrekt, was ich jetzt hier gerade sage, aber im Endeffekt, wenn ihr wirklich schnell überweisen sollt, benutzt ihr hier Priority und das andere ist Regular. So. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst. Und dadurch habt ihr jetzt eine wunderschöne Online-Wallet bei blockchain.com erstellt. Wie gesagt, denkt dran, speichert euch den Identifier, schreibt euch das Passwort auf und sichert euer Wiederherstellungspasswort auf jeden Fall auf einem Stück Papier am besten und legt dieses Stück Papier irgendwie in ein Safe oder so, wenn ihr einen habt oder eben irgendwo, wo kein anderer drankommt und wo es auf jeden Fall sicher ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und tschüss.